Hallo Leute, ich bin hier am Kraftwerk Ebenrufen. Hier ist auch eine Fischtreppe und die gehen wir uns heute anfangen. Die Fischtreppe geht hier vorne einmal rum und dann hier so und dann hier oben. Das zeige ich euch jetzt. So, ich werde euch jetzt die Fischtreppe zeigen. Also hier ist auf jeden Fall die Fischtreppe. Dann geht die hier in dieses Rohr rein und kommt dann oben wieder raus. Das werden voll spiert zeigen. Guck mal, da oben, da ist doch dieser Notablass und da haben sie einfach Bretter drüber. Ist ja nicht so interessant. Geht auch manche Leute nichts an. Also kann man einfach eine Wand dahinter bauen. Falls ihr nicht wisst, verwacht, dieser Schornstein ist hier in dem kleinen Häutchen. Das aussieht wie eine Garage ist ein Notstromaggregat drin. Hier geht dann die Fischtreppe hier durch. Das kann ich euch zeigen. Das ist hier bloß, dass VW ewig, denen das hier übrigens auch gehört, hier durch kann. Im Sommer, so hier kommt die Fischtreppe wieder. Im Sommer werde ich dann mal ein Video machen, wo ich die Werbach hier hochpadle. Vielleicht schafft man ja auch bis zur nächsten Staustufe, aber ich weiß halt nicht, wo die ist. Und hier ist auch wieder so ein Schild, dass man es noch mal sieht, die Fischtreppe geht hier lang, hier, dann so, hier. Und wir sind jetzt hier, dann so, dann hier hoch. Und das zeige ich euch jetzt. Hier geht die Fischtreppe lang. Und, ähm, hier ist dann nochmal so eine kleine Brücke. Hier steht sogar, betreten, verboten, verboten. So, hier geht die Fischtreppe lang. Also, sie kommt hier, geht hier lang. Dann geht's hier oben rein. So, und hier ist die Fischtreppe. Und, dann ist hier das Einlassbauwerk. Moment, ja, jetzt ist wieder so eine Metallblende dran, dass kein Treibgut reinkommt. Und dann, tschüss, für heute. Und dann, tschüss, für heute. Und dann, tschüss, für heute. Und dann, tschüss, für heute.